Hier haben wir noch Basis, Basis und für ihn noch mehr Kabeln inzwischen. Ich sage mal, es ist mir wirklich egal diesmal, weil Kabeln kann ich nur nachmachen. Wenn ich Basis-Gest verliere, fällt mir nicht mal auf. Ich könnte einen Stick in die Lava schmeißen, wäre mir auch egal. Ich tue es nicht. Irgendwann werde ich sie brauchen. Ich brauche sie da nicht herstellen. Milch, kein nichts hier. Kein Sinn, achso, was kann ich weiter unten. Mit Kupfer auch nichts. Hier auch nichts. Hallo? Gibt es eigentlich irgendwas? Oder ist eigentlich nur Dreck? Dreck. Gibt es nicht. Ja, der Kies habe ich hier auch schon behoben. Dreck. 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 viel Keid. naja, muss nur der Key sein, ist ja schneller gewesen an sich. Sieht fast so aus. Mit den Jungs hier begegnet. Ja, jetzt fangts wieder richtig an zum Rockling. Ah, wo komm ich denn an? Okay, ist gut. So, wenn bloß... ...items in Inventar... ...plus... ...items in Inventar... ...was tue ich, wenn das Ganze nichts bringt? Dann habe ich voll auf den Arsch das ganze Eisen und alles verschwendet. Naja... Ich sag mal, da ist es jetzt richtig professionell eingestellt. Also kann man es nicht mehr einstellen, denke ich. Ich kann es natürlich einstellen, wenn unter 25% dann... ...ich will ja das Maximum einlagern. Deswegen wäre das hier auch wieder Schwachsinn. So, habe ich das eh richtig hingestellt. ...eitems in Inventar ja... ...eitems. Ach, irgendwo habe ich die Erde aber raus. Irgendwo war es im Rohr drinnen. Hm... ...wird spannend werden, in welcher Ruhe es drin ist. So, was sagt der Timer eigentlich? Okay. ... JP. Einer N between. Einer NMть. Einer NMntar. Einer NMTar. Jeiner NMntar. Einer NMTar. Einer NMTar. Ah, hier ist was drin. Da hat sich die Erde versteckt. Okay, der schwirrt jetzt darüber und sprengt der Nächste an. Ich glaube, das ist noch schlimmer, wenn sie nach der Reihe anspringen. Kann das sein? Toll. Ich bringe es noch so weit, dass Mangrove nie wieder startet. Ich kann es wahrscheinlich nie wieder spielen. Noch einmal stelle ich das nicht um. Dann kriege ich die Krise. Dann habe ich mir dann fast drei automatisierte Hallen gebaut. Der rauskommt. Kommt da rein. Ich hab noch gar eins. Blei ist mir auch egal. Kupfer müsste auch was da sein. Was? Es gibt hier kein Kupfer mehr. Kohle. Aber lange braucht es nicht. Zeigt eh schon. Stunden drauf. Gibt es hier gar nicht. So, mal gucken was da unten abgeht.